Musik Hört endlich auf mit diesem Blödsinn. Ich möchte, dass ihr so schnell wie möglich mein Haus verlasst. Ich will mir euer dummes Gerede nicht länger anhören. Es ist vorbei. Bist du dir wirklich sicher, dass du das willst? Ja, da bin ich mir sicher. Ich an deiner Stelle wäre mir ja nicht so sicher. Ich habe deine Batterie ausgeliehen. Es funktioniert. Ich hoffe, dass es okay für dich ist. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020